Kapitel 6 von Klein Zaches, genannt Zinnober, von E.T. A. Hoffmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel. Wie der geheime Spezialrat Zinnober in seinem Garten frisiert wurde und im Grase ein Taubat nahm. Der Orden des grün gefleckten Tigers. Glücklicher Einfall eines Theaterschneiders. Wie das Fräulein von Rosenschön sich mit Kaffee begoss und Prosper Alpanus ihr seine Freundschaft versicherte. Der Professor Mosch-Terpin schwamm in lauter Wonne. Konnte, sprach er zu sich selbst, konnte mir denn etwas Glücklicheres begegnen, als dass der vortreffliche geheime Spezialrat in mein Haus kam als Studiosus? Er heiratet meine Tochter. Er wird mein Schwiegersohn. Durch ihn erlange ich die Gunst des vortrefflichen Fürsten Basanuf und steige nach auf der Leiter, die mein herrliches Zinnoberchen hinaufklimmt. Wahr ist es, dass es mir oft selbst unbegreiflich vorkommt, wie das Mädchen, die Candida, so ganz und gar vernarrt sein kann in den Kleinen. Sonst sieht das Frauenzimmer wohl mehr auf ein hübsches Äußere als auf besondere Geistesgaben. Und schaue ich denn nun zuweilen das Spezialmännlein an, so ist es mir, als ob er nicht ganz hübsch zu nennen, sogar, wozu, still, die Wände haben Ohren. Er ist des Fürstenliebling, wird immer höher steigen, höher hinauf und ist mein Schwiegersohn. Mosch-Terpin hatte Recht. Candida äußerte die entschiedenste Neigung für den Kleinen und sprach, gab hi und da einer, den Zinnobers seltsamer Spuk nicht berückt hatte, zu verstehen, dass der geheime Spezialrat doch eigentlich ein fatales, missgestaltetes Ding sei, sogleich von den wunderschönen Haaren, womit ihn die Natur begabt. Niemand lächelte aber, wenn Candida also sprach, hämischer als der Referendarius Pulcher. Dieser stellte dem Zinnober nach auf Schritten und Tritten, und hierin stand ihm getreulich der Geheimsekretär Adrian bei, eben derselbe junge Mensch, den Zinnobers Zauber beinahe aus dem Büro des Ministers verdrängt hätte und der des Fürsten Gunst nur durch die vortreffliche Fleckkugel wiedergewann, die er ihm überreichte. Der geheime Spezialrat Zinnober bewohnte ein schönes Haus mit einem noch schöneren Garten, in dessen Mitte sich ein mit dichtem Gebüsch umgebener Platz befand, auf dem die herrlichsten Rosen blühten. Man hatte bemerkt, daß allemal den neunten Tag Zinnober bei Tagesanbruch leise aufstand, sich, so sauer es ihm werden mochte, ohne alle Hilfe des Bedienten ankleidete, in den Garten hinabstieg und in den Gebüschen verschwand, die jenen Platz umgaben. Pulcher und Adrian, irgendein Geheimnis ahnend, wagten es in einer Nacht, als Zinnober, wie sie von seinem Kammerdiener erfahren, vor neun Tagen jenen Platz besucht hatte, die Gartenmauer zu übersteigen und sich in den Gebüschen zu verbergen. Kaum war der Morgen angebrochen, als sie den Kleinen daherwandeln sahen, schnupfend und prustend, weil ihm, da er mitten durch ein Blumenbeet ging, die tauchten Halme und Stauden um die Nase schlugen. Als er auf dem Rasenplatz bei den Rosen angekommen, ging ein süßtönendes Wehen durch die Büsche, und durchdringender wurde der Rosenduft. Eine schöne, verschleierte Frau mit Flügeln an den Schultern schwebte herab, setzte sich auf den zierlichen Stuhl, der mitten unter den Rosenbüschen stand, nahm mit den leisen Worten »Komm, mein liebes Kind«, den kleinen Zinnober und kämmte ihm mit einem goldenen Kamm sein langes Haar, das den Rücken hinabwollte. Das schien dem Kleinen sehr wohl zu tun, denn er blinzelte mit den Äugelein und streckte die Beinchen lang aus und knurrte und murrte beinahe wie ein Kater. Das hatte wohl fünf Minuten gedauert, da strich noch einmal die zauberische Frau mit einem Finger dem Kleinen die Scheitel entlang, und Pulcher und Adrian gewahrten einen schmalen, feuerfarbglänzenden Streif auf dem Haupte Zinnobers. Nun sprach die Frau »Lebe wohl, mein süßes Kind, sei klug, sei klug, so wie du kannst.« Der Kleine sprach »Adieu, Mütterchen, klug bin ich genug, du brauchst mir das gar nicht so oft zu wiederholen.« Die Frau erhob sich langsam und verschwand in den Lüften. Pulcher und Adrian waren starr vor Erstaunen. Als nun aber Zinnober davonschreiten wollte, sprang der Referendarius hervor und rief laut »Guten Morgen, Herr geheimer Spezialrat! Ei, wie schön haben Sie sich frisieren lassen!« Zinnober schaute sich um und wollte, als er den Referendarius erblickte, schnell davonrennen. Ungeschickt und schwächlich auf den Beinchen, wie er nun aber war, stolperte er und fiel in das hohe Gras, das die Halme über ihn zusammenschlug, und er lag im Taubade. Pulcher sprang hinzu und half ihm auf die Beine, aber Zinnober schnarrte ihn an »Herr, wie kommen Sie hier in meinen Garten? Scheren Sie sich zum Teufel!« und damit hüpfte und rannte er, so rasch er nur vermochte, hinein in sein Haus. Pulcher schrieb dem Balthasar diese wunderbare Begebenheit und versprach seine Aufmerksamkeit auf das kleine zauberische Ungetüm zu verdoppeln. Zinnober schien über das, was ihm widerfahren, trostlos. Er ließ sich zu Bette bringen und stöhnte und ächzte so, daß die Kunde, wie er plötzlich erkrankt, bald zum Minister Mondschein, zum Fürsten Barzanuf gelangte. Fürst Barzanuf schickte sogleich seinen Leibarzt zu dem kleinen Liebling. »Mein vortrefflichster geheimer Spezialrat«, sprach der Leibarzt, als er den Puls befühlt, »sie opfern sich auf für den Staat. Angestrengte Arbeit hat sie aufs Krankenbett geworfen, anhaltendes Denken ihnen das unsäckliche Leiden verursacht, das sie empfinden müssen. Sie sehen im Antlitz sehr blass und eingefallen aus, aber ihr wertes Haupt glüht schrecklich. Ei, ei, doch keine Gehirnentzündung! Sollte das Wohl des Staats dergleichen hervorgebracht haben? Kaum möglich! Erlauben Sie doch!« Der Leibarzt mochte wohl denselben roten Streif auf Zinobers Haupte gewahren, den Pulcher und Adrian entdeckt hatten. Er wollte, nachdem er einige magnetische Striche aus der Ferne versucht, den Kranken auch verschiedentlich angehaucht, worüber dieser merklich mautste und quinkelierte, nun mit der Hand hineinfahren über das Haupt und berührte dasselbe unversehens. Da sprang Zinnober, schäumend vor Wut, in die Höhe und gab mit seinem kleinen Knochenhändchen dem Leibarzt, der sich gerade ganz über ihn hingebeugt, eine solche derbe Ohrfeige, daß es im ganzen Zimmer wiederhalte. »Was wollen Sie?« schrie Zinnober. »Was wollen Sie von mir? Was krabbeln Sie mir herum auf meinem Kopfe? Ich bin gar nicht krank. Ich bin gesund, ganz gesund. Werde gleich aufstehen und zum Minister fahren in die Konferenz. Scheren Sie sich fort!« Der Leibarzt eilte ganz erschrocken von Dannen. Als er aber dem Fürsten Barsanuf erzählte, wie es ihm ergangen, rief dieser entzückt aus, »Was für ein Eifer für den Dienst des Staates! Welche Würde, welche Hoheit ihm betragen! Welch ein Mensch, dieser Zinnober!« »Mein bester geheimer Spezialrat«, sprach der Minister Prätextatus von Mondschein zu dem kleinen Zinnober, »wie herrlich ist es, daß Sie, Ihrer Krankheit nicht achtend, in die Konferenz kommen. Ich habe in der wichtigen Angelegenheit mit dem Kakatuka-Hofe ein Memoir entworfen, selbst entworfen, und bitte, daß Sie es dem Fürsten vortragen, denn Ihr geistreicher Vortrag hebt das Ganze, für dessen Verfasser mich dann der Fürst anerkennen soll.« Das Memoir, womit Prätextatus glänzen wollte, hatte aber niemand anders verfasst als Adrian. Der Minister begab sich mit dem Kleinen zum Fürsten. Zinnober zog das Memoir, das der Minister ihm gegeben, aus der Tasche und fing an zu lesen. Da es damit aber nun gar nicht recht gehen wollte, und er nur lauter unverständliches Zeug murrte und schnurrte, nahm ihm der Minister das Papier aus den Händen und las selbst. Der Fürst schien ganz entzückt. Er gab seinen Beifall zu erkennen, einmal über das andere rufend, »Schön, gut gesagt, herrlich, treffend!« So wie der Minister geendet, schritt der Fürst geradezu los auf den kleinen Zinnober, hob ihn in die Höhe, drückte ihn an seine Brust, gerade dahin, wo ihm, dem Fürsten, der große Stern des grüngefleckten Tigers saß, und stammelte und schluchzte, während ihm häufige Tränen aus den Augen flossen, »Nein, solch ein Mann, solch ein Talent, solcher Eifer, solche Liebe! Es ist zu viel, zu viel!« Dann gefasster, »Zinnober, ich erhebe Sie hiermit zu meinem Minister. Bleiben Sie dem Vaterlande hold und treu, bleiben Sie ein wackerer Diener der Barsanufe, von denen Sie geehrt, geliebt werden!« Und nun sich mit verdrießlichem Blick zum Minister wendend, »Ich bemerke, lieber Baron von Monschein, dass seit einiger Zeit Ihre Kräfte nachlassen. Ruhe auf Ihren Gütern wird Ihnen heilbringend sein. Leben Sie wohl!« Der Minister von Monschein entfernte sich, unverständliche Worte zwischen den Zähnen murmelnd und funkelnde Blicke werfend auf Zinnober, der sich nach seiner Art, sein Stöckchen in den Rücken gestemmt, auf den Fußspitzen hoch in die Höhe hob und stolz und keck umherblickte. »Ich muss,« sprach nun der Fürst, »ich muss Sie, mein lieber Zinnober, gleich Ihrem hohen Verdienst gemäß auszeichnen. Empfangen Sie daher aus meinen Händen den Orden des grüngefleckten Tigers.« Der Fürst wollte ihm nun das Ordensband, das er sich in der Schnelligkeit von dem Kammerdiener reichen lassen, umhängen. Aber Zinnobers missgestalteter Körperbau bewirkte, dass das Band durchaus nicht normalmäßig sitzen wollte, indem es sich bald ungebührlich heraufschrob, bald ebenso hinabschlotterte. Der Fürst war in dieser, sowie in jeder anderen solchen Sache, die das eigentlichste Wohl des Staates betraf, sehr genau. Zwischen dem Hüftknochen und dem Steißbein, in schräger Richtung, drei Sechzehntel Zoll aufwärts vom Letztern, mußte das am Bande befindliche Ordenszeichen des grüngefleckten Tigers sitzen. Das war nicht herauszubringen. Der Kammerdiener, drei Pagen, der Fürst legten Hand an. Alles Mühen blieb vergebens. Das verräterische Band rutschte hin und her, und Zinnober begann unmutig zu quäken, »Was hantieren Sie doch so schrecklich an meinem Leibe herum? Lassen Sie doch das dumme Ding hängen, wie es will. Minister bin ich doch nun einmal und bleib es.« »Wofür«, sprach nun der Fürst zornig, »wofür habe ich denn Ordensräte, wenn rücksichts der Bänder solche tolle Einrichtungen existieren, die ganz meinem Willen entgegenlaufen?« »Geduld, mein lieber Minister Zinnober, bald soll das anders werden.« Auf Befehl des Fürsten mußte sich nun der Ordensrat versammeln, dem noch zwei Philosophen sowie ein Naturforscher, der eben vom Nordpol kommend durchreiste, beigesellt wurden, um über die Frage, wie auf die geschickteste Weise dem Minister Zinnober das Band des grüngefleckten Tigers anzubringen, Berat schlagen sollten. Um für diese wichtige Beratung gehörige Kräfte zu sammeln, wurde sämtlichen Mitgliedern aufgegeben, acht Tage vorher nicht zu denken. Um dies besser ausführen zu können und doch tätig zu bleiben im Dienste des Staates, aber sich indessen mit dem Rechnungswesen zu beschäftigen. Die Straßen vor dem Palast, wo die Ordensräte, Philosophen und Naturforscher ihre Sitzung halten sollten, wurden mit dickem Stroh belegt, damit das Gerassel der Wagen die weisen Männer nicht störe, und eben daher durfte auch nicht getrommelt, Musik gemacht, ja nicht einmal laut gesprochen werden in der Nähe des Palastes. Im Palast selbst tappte alles auf dicken Filzschuhen umher und man verständigte sich durch Zeichen. Sieben Tage hindurch, vom frühen Morgen bis in den späten Abend, hatten die Sitzungen gedauert, und noch war an keinen Beschluss zu denken. Der Fürst, ganz ungeduldig, schickte einmal über das andere hin und ließ ihnen sagen, es solle in des Teufels Namen ihnen doch endlich etwas Gescheites einfallen. Das half aber ganz und gar nichts. Der Naturforscher hatte so viel möglich Zinobers Natur erforscht, Höhe und Breite seines Rückenauswuchses genommen und die genaueste Berechnung darüber dem Ordensrat eingereicht. Er war es auch, der endlich vorschlug, ob man nicht den Theaterschneider bei der Beratung zuziehen wolle. So seltsam dieser Vorschlag erscheinen mochte, wurde er doch in der Angst und Not, in der sich alle befanden, einstimmig angenommen. Der Theaterschneider Herr Kees war ein überaus gewandter, pfiffiger Mann. So wie ihm der schwierige Fall vorgetragen worden, so wie er die Berechnungen des Naturforschers durchgesehen, war er mit dem herrlichsten Mittel, wie das Ordensband zum normalmäßigen Sitzen gebracht werden könne, bei der Hand. An Brust und Rücken sollten nämlich eine gewisse Anzahl Knöpfe angebracht und das Ordensband daran geknöpft werden. Der Versuch gelang über die Maßen wohl. Der Fürst war entzückt und billigte den Vorschlag des Ordensrates, den Orden des grüngefleckten Tigers nunmehrow in verschiedene Klassen zu teilen, nach der Anzahl der Knöpfe, womit er gegeben wurde. Zum Beispiel Orden des grüngefleckten Tigers mit zwei Knöpfen, mit drei Knöpfen etc. Der Minister Zinnober erhielt als ganz besondere Auszeichnung, die sonst kein anderer verlangen könne, den Orden mit zwanzig brillantierten Knöpfen, denn gerade zwanzig Knöpfe erforderte die wunderliche Form seines Körpers. Der Schneider Käse erhielt den Orden des grüngefleckten Tigers mit zwei goldenen Knöpfen und wurde, da der Fürst ihn, seines glücklichen Einfalls ungeachtet, für einen schlechten Schneider hielt und sich daher nicht von ihm kleiden lassen wollte, zum wirklichen, geheimen Großkostümierer des Fürsten ernannt. Aus dem Fenster seines Landhauses sah der Dr. Prosper Alpanus gedankenvoll herab in seinen Park. Er hatte die ganze Nacht hindurch sich damit beschäftigt, Balthasars Horoskop zu stellen und manches dabei herausgebracht, was sich auf den kleinen Zinnober bezog. Am wichtigsten war ihm aber das, was sich mit dem Kleinen im Garten begeben, als er von Adrian und Pulcher belauscht wurde. Eben wollte Prosper Alpanus seinen Einhörnern zurufen, dass sie die Muschel herbeiführen möchten, weil er fort wolle nach Hochjakobsheim, als ein Wagen daherrasselte und vor dem Gattertor des Parks stillhielt. Es hieß, das Stiftsfräulein von Rosenschön wünsche den Herrn Doktor zu sprechen. »Sehr willkommen«, sprach Prosper Alpanus, und die Dame trat hinein. Sie trug ein langes, schwarzes Kleid und war in Schleier gehüllt wie eine Matrone. Prosper Alpanus, von einer seltsamen Ahnung ergriffen, nahm sein Rohr und ließ die funkelnden Strahlen des Knopfs auf die Dame fallen. Da war es, als zuckten rauschend Blitze um sie her, und sie stand da im weißen, durchsichtigen Gewande, glänzende Libellenflügel an den Schultern, weiße und rote Rosen durch das Haar geflochten. »Ei, ei«, lispelte Prosper, nahm das Rohr unter seinen Schlafrock, und sogleich stand die Dame wieder im vorigen Kostüm da. Prosper Alpanus lud sie freundlich ein, sich niederzulassen. Fräulein von Rosenschön sagte nun, wie es längst ihre Absicht gewesen, den Herrn Doktor in seinem Landhause aufzusuchen, um die Bekanntschaft eines Mannes zu machen, den die ganze Gegend als einen hochbegabten, wohltätigen Waisen rühme. Gewiß werde er ihre Bitte gewähren, sich des nahegelegenen Fräuleinstifts ärztlich anzunehmen, da die alten Damen darin oft kränkelten und ohne Hilfe blieben. Prosper Alpanus erwiderte höflich, daß er zwar schon längst die Praxis aufgegeben, aber doch ausnahmsweise die Stiftsdamen besuchen wolle, wenn es Not täte, und fragte dann, ob sie selbst, das Fräulein von Rosenschön, vielleicht an irgendeinem Übel leide. Das Fräulein versicherte, daß sie nur dann und wann ein rheumatisches Zucken in den Gliedern fühle, wenn sie sich in der Morgenluft erkältet, jetzt aber ganz gesund sei, und begann irgendein gleichgültiges Gespräch. Prosper fragte, ob sie, da es noch früher morgen, vielleicht eine Tasse Kaffee nehmen wolle, die Rosenschön meinte, daß Stiftsfräuleins dergleichen niemals verschmähten. Der Kaffee wurde gebracht, aber so sehr sich auch Prosper mühen mochte, einzuschenken, die Tassen blieben leer, ungeachtet der Kaffee aus der Kanne strömte. »Ei, ei«, lächelte Prosper Alpanus, »das ist böser Kaffee. Wollten Sie, mein bestes Fräulein, doch nur lieber selbst den Kaffee eingießen.« Mit Vergnügen, erwiderte das Fräulein und ergriff die Kanne. Aber ungeachtet kein Tropfen aus der Kanne quoll, wurde doch die Tasse voller und voller, und der Kaffee strömte über auf den Tisch auf das Kleid des Stiftsfräuleins. Sie setzte schnell die Kanne hin, sogleich war der Kaffee spurlos verschwunden. Beide, Prosper Alpanus und das Stiftsfräulein, schauten sich nun eine Weile schweigend an mit seltsamen Blicken. »Sie waren«, begann nun die Dame, »Sie waren, mein Herr Doktor, gewiß mit einem sehr anziehenden Buche beschäftigt, als ich eintrat.« »In der Tat«, erwiderte der Doktor, »enthält dieses Buch gar merkwürdige Dinge.« Damit wollte er das kleine Buch in vergoldetem Einbande, das vor ihm auf dem Tische lag, aufschlagen. Doch das blieb ein ganz vergebliches Mühen, denn mit einem lauten Klipp-Klapp schlug das Buch sich immer wieder zusammen. »Ei, ei«, sprach Prosper Alpanus, »versuchen Sie sich doch mit dem eigensinnigen Dinge hier, mein wertes Fräulein.« Erreichte der Dame das Buch hin, das, so wie sie es nur berührte, sich von selbst aufschlug. Aber alle Blätter lösten sich los und dehnten sich aus zum Riesenfolio und rauschten umher im Zimmer. Erschrocken fuhr das Fräulein zurück. Nun schlug der Doktor das Buch zu mit Gewalt und alle Blätter verschwanden. »Aber«, sprach nun Prosper Alpanus mit sanftem Lächeln, indem er sich von seinem Sitz erhob, »aber, mein gnädiges Fräulein, was verderben wir die Zeit mit solchen schnöden Tafelkünsten? Denn anders als ordinäre Tafelkunststücke sind es doch nicht, die wir bis jetzt getrieben. Schreiten wir doch lieber zu höheren Dingen.« »Ich will fort«, rief das Fräulein und erhob sich vom Sitze. »Ei«, sprach Prosper Alpanus, »das möchte doch wohl nicht recht gut angehen, ohne meinen Willen. Denn, meine gnädige, ich muß es Ihnen nur sagen, Sie sind jetzt ganz und gar in meiner Gewalt.« »In Ihrer Gewalt?« rief das Fräulein zornig. »In Ihrer Gewalt, Herr Doktor? Törichte Einbildung!« Und damit breitete sich ihr seidenes Kleid aus und sie schwebte als der schönste Trauermantel auf zur Decke des Zimmers. Doch sogleich sauste und brauste auch Prosper Alpanus ihr nach als tüchtiger Hirschkäfer. Ganz ermattet flatterte der Trauermantel herab und rannte als kleines Mäuschen auf dem Boden umher. Aber der Hirschkäfer sprang miauend und prustend ihm nach als grauer Kater. Das Mäuschen erhob sich wieder als glänzender Kolibri. Da erhoben sich allerlei seltsame Stimmen rings um das Landhaus und allerlei wunderbare Insekten sumseten herbei, mit ihnen seltsames Waldgeflügel und ein goldenes Netz spann sich um die Fenster. Da stand mit einem Mal die Fee Rosa Belverde in aller Pracht und Hoheit strahlend im glänzenden weißen Gewande den funkelnden Diamantgürtel umgetan, weiße und rote Rosen durch die dunklen Locken geflochten, mitten im Zimmer. Vor ihr der Magus im goldgestickten Talar eine glänzende Krone auf dem Haupt, das Rohr mit dem feuerstrahlenden Knopf in der Hand. Rosa Belverde schritt zu auf den Magus, da entfiel ihrem Haar ein goldener Kamm und zerbrach, als sei er von Glas auf dem Marmorboden. »Weh mir, weh mir«, rief die Fee. Plötzlich saß wieder das Stiftsfräulein von Rosenschön im schwarzen langen Kleide am Kaffeetisch und ihr gegenüber der Doktor Prosper Alpanus. »Ich dächte«, sprach Prosper Alpanus sehr ruhig, indem er in die chinesischen Tassen den herrlichsten dampfenden Kaffee von Mokka ohne Hindernis einschenkte, »ich dächte, mein bestes gnädiges Fräulein, wir wüßten nun beide hinlänglich, wie wir miteinander daran sind.« »Sehr leid tut es mir, daß ihr schöner Haarkamm zerbrach auf meinem harten Fußboden.« »Nur meine Ungeschicklichkeit«, erwiderte das Fräulein, mit Behagen den Kaffee einschlürfend, »ist Schuld daran. Auf diesen Boden muß man sich hüten, etwas fallen zu lassen, denn, irre ich nicht, so sind diese Steine mit den wunderbarsten Hieroglyphen beschrieben, welche manchem nur gewöhnliche Marmoradern bedünken möchten.« Abgenutzte Talismane sind diese Steine nichts weiter. »Aber bester Doktor«, rief das Fräulein, »we ist es möglich, daß wir uns nicht kennenlernten seit der frühesten Zeit, daß wir nicht ein einziges Mal zusammentrafen auf unseren Wegen.« »Diverse Erziehung, beste Dame«, erwiderte Prosper Alpanus, »diverse Erziehung ist lediglich daran Schuld.« Während sie als das hoffnungsvollste Mädchen in Dschinnistan sich ganz ihrer reichen Natur ihrem glücklichen Genie überlassen konnten, war ich, ein trübseliger Student, in den Pyramiden eingeschlossen und hörte Collegia bei dem Professor Zoroaster, einem alten Knasterbart, der aber verdammt viel wußte. Unter der Regierung des würdigen Fürsten Demetrius nahm ich meinen Wohnsitz in diesem kleinen, anmutigen Ländchen. »Wie«, sprach das Fräulein, »und wurden nicht verwiesen, als Fürst Pafnutius die Aufklärung einführte?« »Keineswegs«, antwortete Prosper, »es gelang mir vielmehr, mein eigenes Ich ganz zu verhöhlen, indem ich mich mühte, Aufklärungssachen betreffend ganz besondere Kenntnisse zu beweisen in allerlei Schriften, die ich verbreitete.« »Ich bewies, daß ohne des Fürsten Willen es niemals donnern und blitzen müsse, und daß wir schönes Wetter und eine gute Ernte einzig und allein seinen und seiner Noblesse Bemühungen zu verdanken, die in den innern Gemächern darüber sehr weise beratschlagt, während das gemeine Volk draußen auf dem Acker gepflügt und gesät.« Prosper Pafnutius erhob mich damals zum geheimen Oberaufklärungspräsidenten, eine Stelle, die ich mit meiner Hülle wie eine lästige Bürde abwarf, als der Sturm vorüber. Insgeheim war ich nützlich, wie ich konnte, das heißt, was wir, ich und Sie, meine Gnädige, wahrhaft nützlich nennen. Wissen Sie wohl, bestes Fräulein, daß ich es war, der Sie warnte vor dem Einbrechen der Aufklärungspolizei, daß ich es bin, dem Sie noch das Besitztum der artigen Sächelchen verdanken, die Sie mir vorhin gezeigt? Oh mein Gott, liebe Stiftsdame, schauen Sie doch nur aus diesen Fenstern. Erkennen Sie denn nicht mehr diesen Park, in dem Sie so oft Lust wandelten und mit den freundlichen Geistern sprachen, die in den Büschen, Blumen, Quellen wohnten? Diesen Park habe ich gerettet durch meine Wissenschaft. Er steht noch da, wie zur Zeit des alten Demetrius. Fürst Barsanuf bekümmert sich, dem Himmel sei es gedankt, nicht viel um das Zauberwesen. Er ist ein leutseliger Herr und lässt jeden gewähren, jeden zaubern, so viel er Lust hat, sobald er es sich nur nicht merken lässt und die Abgaben richtig zahlt. So lebe ich hier, wie Sie, liebe Dame, in Ihrem Stift, glücklich und sorgenfrei. Doktor, rief das Fräulein, indem ihr die Tränen aus den Augen stürzten. Doktor, was sagen Sie? Welche Aufklärungen? Ja, ich erkenne diesen Hain, wo ich die seligsten Freuden genoß. Doktor, edelster Mann, dem ich so viel zu verdanken. Und Sie können meinen kleinen Schützling so hart verfolgen? Sie haben, erwiderte der Doktor, Sie haben, mein bestes Fräulein, von Ihrer angeborenen Gutmütigkeit hingerissen, Ihre Gaben an einen Unwürdigen verschleudert. Zinnober ist und bleibt Ihrer gütigen Hilfe ungeachtet ein kleiner, missgestalteter Schlingel, der nun, da der goldene Kamm zerbrochen, ganz in meiner Hand gegeben ist. Haben Sie Mitleiden, O Doktor, flehte das Fräulein. Aber schauen Sie doch nur gefälligst her, sprach Prusper, indem er dem Fräulein Balthasars Horoskop, das er gestellt hatte, vorhielt. Das Fräulein blickte hinein und rief dann voll Schmerz, Ja, wenn es so beschaffen ist, so muß ich wohl weichen der höheren Macht. Armer Zinnober! Gestehen Sie, bestes Fräulein, sprach der Doktor lächernd, Gestehen Sie, daß die Damen oft sich in dem Bizarrsten sehr wohlgefallen, den Einfall, den der Augenblick gebar, rastlos und rücksichtslos verfolgend und jedes schmerzliche Berühren anderer Verhältnisse nicht achtend. Zinnober muß sein Schicksal verbüßen, aber dann soll er noch zu unverdienter Ehre gelangen. Damit huldige ich Ihrer Macht, Ihrer Güte, Ihrer Tugend, mein sehr wertes, gnädiges Fräulein. Herrlicher, vortrefflicher Mann, rief das Fräulein, bleiben Sie mein Freund. Immer da, erwiderte der Doktor, meine Freundschaft, meine innige Zuneigung zu Ihnen, holde Fee, wird nie aufhören. Wenden Sie sich getrost an mich in allen bedenklichen Fällen des Lebens und, oh, trinken Sie Kaffee bei mir, so oft es Ihnen zu Sinne kommt. Leben Sie wohl, mein würdigster Magus, nie werd ich Ihre Huld, nie diesen Kaffee vergessen. So sprach das Fräulein und erhob sich, von innerer Rührung ergriffen, zum Scheiden. Prosper Alpanus begleitete sie ans Gattertor, während alle wunderbaren Stimmen des Waldes auf die lieblichste Weise erklangen. Vor dem Tor stand, statt des Fräuleins Wagen, die mit den Einhörnern bespannte Kristallmuschel des Duktors, hinter der der Goldkäfer seine glänzenden Flügel ausbreitete. Auf dem Bock saß der Silberfasan und guckte, die goldenen Zügel im Schnabel haltend, das Fräulein mit klugen Augen an. In die seligste Zeit ihres herrlichsten Feenlebens fühlte sich die Stiftsdame versetzt, als der Wagen herrlich tönend durch den duftenden Wald rauschte. Ende von Kapitel 6 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 Kapitel 6